wintersonnen wenn ich kann das ja gar nicht alles jetzt ja gut alles sortieren ja da haben wir viel neues zeug sehr viel sogar so aber wir sollen ja fertige nahrung mitbringen was nehmen wir mitnehmen kürbis torte nehmen wir mit was scharfe fischsuppe getrocknete apfelringe nehmen wir einfach mal ein bisschen was mit schau an schön dekoriert sehr cool hier die bäume warte mal warte mal bk erst mal oder warten es schon alle man beginnt das um 10 erst okay da kann ich noch verkaufen eigentlich noch verkauft die hat mehr geld die hat mehr geld so fische genau die fische und ich verkaufen marktpreis oder marktpreis ist ekelhaft na da verkauf ich gar nichts der ist richtig ekelhaft der marktpreis jaja brückeneröffnung ist auch aber na das wäre zu zu knapp was haben wir hier wintersonnenwende tutorial emilies markt stand aha hier kannst du nahrungsgegenstände kaufen die schafe was die schärfe des feuer topf sie stärker sie wird desto heißer wird es rüste den nahrungstyp in der schnellleiste aus nähere dich dem feuer topf und eine option wird erscheinen symbol auf dem kopf dieser person zeigt an dass sie kopfsalat im feuer topf haben will eine kopfsalat in den topf ist verbessert sich deine beziehung zu dir ach so die wollen nur so gemüse ich nimm fertige gerichte mit das am fest mal teilnehmen nachdem du zehn nahrungsgegenstände hinzugegeben hast das essen wird eine einige deiner fähigkeiten für eine begrenzte zeit verstärken okay thank you all for gathering here today before we start i invite minister lee to deliver a sermon for us minister thank you gail well nice having everyone out on this very cold day i'm going to keep this short since the smell is oh so good jango you're getting good at this i'm going to tell the story of how the winter solstice tradition got started long ago in the bleakest period of the age of darkness there was no light to be found people rose in the morning and went to bed at night in total blackout food was scarce and the crops were failing and it was cold very very cold very very cold many people died on an especially cold winter solstice a few of the stragglers started a fire to keep warm when one of them suddenly said i still have a can of beans let's heated up and share it someone followed by saying that's not enough i still have some mushrooms let me put that in as well one after another people gave it up and share it what they had left what they had left what they had left and laughed and went on to survive that day and the next day after that until the sun finally came out na sehr schön fürs umkippen sollten sie eine kleine strafe einbauen ich mache das auch immer aber das kann ja nicht so gedacht sein ja also das habe ich mir habe ich auch schon gesagt also zumindest eine kleine strafe so weiß ich nicht 50 prozent von der ausdauer weg oder sowas halt nach von mir aus 30 prozent aber das gar nichts passiert das halt ja wieder beim kippen für den nächsten tag einfach weniger sp geben zwei drittel vielleicht ja genau das kann ich verstehen aber er ist nur so schockiert von dieser geschichte finde ich nein nein mindestens ein level weniger das aber hart stief dass das wir hat dass wir eine harte ähm strafe ich meine von mir aus gerne weil ich halte mich eigentlich eh meistens dran aber es wäre hart überhaupt für für jüngere spieler dann es soll ja auch hart sein es soll ja auch hart sein ja es ist ja kein tag so ist so schau mal was er was er weiter sagt okay 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 dann kann man ja nicht irgendwo was kaufen da war doch irgendwas genau bei emily kauf mal irgendwas hier ein bisschen chili wir kaufen von allem eins kauf ich doch lieber nicht das sollte reichen ja so um 10 uhr beginnt das geil ach du scheiße sortieren warte kann ich vielleicht hier auch verkaufen ach so die marktpreise sind ja käse ja bei dieses das wird namen fleisch erinnert mich ein bisschen an dirk bach oder so ein bisschen erinnert mich ein bisschen erinnert mich mehr kann ich geschafft. Na bitte. Hey, Nayuka. Servus. Ich glaube, du hast keine Schließel mehr. Äh, was will er? Warte mal. Hören wir mal so. Schmeißen wir einfach alles von ein. Ist ja wurscht. Ja. Wo ist Fleisch? Ah ja. Zucker? Na, Zucker hauen wir nicht rein. Hauen wir noch ein bisschen weg. Und das wird ja schmecken. Das wird richtig schmecken hier. Schmeißen. Hups. Schmeißen. Oh. Schmeißen. Schmeißen. Kodowi war spendabel. Schmeißen. Aber es soll ja scharf werden eigentlich, oder? Deswegen, ja. Es soll ja scharf werden. Jetzt schauen wir hier ein bisschen schärfer hinein. Hätte ich meine Chili mitgenommen? Ich habe eh so viele gehabt. Fuck. Vielleicht ein bisschen Kaktusfrucht. Oh, die kann ich nicht reinwerfen. Okay. Koriander. Ja, das war's. Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Alles gut für dir, NaYuka. Wie läuft's mit deinem Team? Alles tuti fruti. Oh, mir ist das Programm für die News-Erstellung abgeraucht. Hat er nicht gespeichert. Oh. Wie würde eine Russe jetzt sagen bei King of Queens? Man sollte immer ein Backup machen. Es tut mir leid, Steven. Der musste sein. Oh, das ist bitter. Aber das kenne ich. Das kenne ich. Das tut richtig weh. Seid still. Ja, Season ist rum. Wurden Platz 3 von 27. Ach du Scheiße. Das ist stark. Das ist gut, ja. Das ist stark. Dann geht's set, würde ich sagen. Gratuliere. Aufs Treppchen. Habt ihr es geschafft. Ich gehe mal kurz auf den Balkon. Ist wohl besser. Ja, ein bisschen abdampfen. Das ist ärgerlich. So, jetzt sollte das doch fertig sein, oder? Ja. Jetzt kann man mit essen. Ach so, ich konnte schon ganze Zeit essen. Ist ja wurscht. Wie geht's? Du bist der neue Handwerker, richtig? Vermutlich werden wir mal Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten. Ich bin Siva. Den Stipp, den haben wir noch gar nicht... Noch gar nicht getroffen. So, aber nächstes, nächste, nächste Weihnachten bin ich gerüstet. Wohin laufen die jetzt? Was gibt's hier? Was gibt's hier? Was passiert hier jetzt? Wenn du an der... Ah, Schneeballschacht. Wieder? Heute eine Schneeballschlacht. Ich will eigentlich zur Brücke hier. Hier gibt's doch eine Eröffnung. Da, im Brief stand doch bei der Brücke, oder? Leute. Komm mal, meine Runde Schneeballschlacht, was so ist. Das ist ja, da hinten. Da McDonalds. Da McD. Was mir die ihm da hinten? Ops Wie die Beziehungen steigen Jango wurde mein Kollege Weil ich Eine Schneeballschlacht Ah Ein Schneeball auf die Schnauze geschossen habe Mein Kollege Was ist denn jetzt mit der Eröffnung Ich check's nicht Also ganz ehrlich Ich bin ein bisschen verwirrt Soll hier nicht die Eröffnung sein Was passiert hier jetzt Ach so wieder ein Foto Mal ein schönes Foto Wenn ich mir diese rührende Szene ansehe Fange ich fast an zu weinen Es besteht noch Hoffnung für die Menschheit Hi Ich lerne mehr und mehr über die Welt von Petron Ich kann nicht glauben wie viel verändert hat Ich habe auch noch keine Interface Seitdem ich hier war Es ist sehr unterschiedlich Ich habe keine Richtung Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Soll ich mir die Kassette geben Soll ich mir die Kassette geben Die will er nicht Er will sie nicht War ein Chip ja So Kann man 100 Futter haben wir noch QQ is order Hululu Hululu Was ist das für ein Schrein Hululu Diese Feier macht mich immer glücklich Ist so freundlich Und gemütlich hier Ich bin aber neidisch Weil mir Schafes nicht gut tut Und ich deshalb Und ich es deshalb nicht essen kann Bye Emily Sieh dir das ganze Essen an Was da vor sich hin brodelt Sieh so einladend aus Ich will noch mehr Ich kann nichts mehr davon essen Hätte ich vorher machen sollen Beschenk Emily Stimmt Die Kürbis Torte könnte ich ihr geben So Wo ist jetzt Emily Ich sehe sie nicht Wo ist Emily 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 Wo bist du Ah hier Kürbis Torte Ha Schau an wie viele Was Da kriegt man sogar Von anderen aus Plussis Dankeschön So etwas hätte ich niemals Von dir erwartet Ja Na Yuka So weit sind wir noch nicht So was ist jetzt mit der Eröffnung Ich drehe hier langsam durch Soll es hier nicht eine Eröffnung geben Das darf doch nicht wahr sein Pass auf Morgen kriege ich wieder einen Brief Ja du hättest hier sein sollen Hätte das Robsom gesehen hätte er eine Träne vergossen Ich glaube Ich glaube auch ja Jetzt schaue ich extra nochmal Zum Briefkasten Von Gail Hallo Domi Gute Arbeit bei der Schneeballschlacht Dir zuzuschauen Hat mich an meine Kindheit erinnert Das war so nostalgisch Das sind die Geschenke für die Teilnehmer Für dich habe ich eine besondere Belohnung Weil du der beste Schneeballwerfer bist Haha Eine Glücksplane Sonnenwendelaterne Und ein Hasenschneemann Sehr schön Das nehmen wir gerne Aber Aber Hallo Hallo Wir werden morgen die Eröffnungszeremonie abhalten Schau doch auch vorbei Wo? Hä? Hier schon alle schlafen Ich weiß nicht Kann ich die irgendwo anbringen? Oh hier haben wir wieder viele Viele Geschenke zu Weihnachten Jetzt passt es auch mal Viele kleine Geschenke So wo stellen wir den hin? Den stellen wir so hin Ich glaube die zwei Sachen kommen ins Haus rein Gehören ins Haus Okay Gut Gut Das heißt wir brauchen jetzt wieder eine Truhe Metallkiste wäre nicht schlecht Aber wir haben kein gestärktes Glas Das ist mies Das ist mies Benzin aufgebraucht Alles Alles Da steht alles So Achso ja Wo wir das noch gefarmt haben Edel Alu Machen wir mal Edel Alu Machen wir mal Edel Alu So dann schauen wir mal Ja Ja Hier geht's nicht Aber hier Oh das ist ganz schön Das ist echt schön Ja Ach ja Da machen wir jetzt einfach nur eine normale Truhe Was soll's Bisschen Zeit haben wir noch Die ganzen Truhen muss ich sowieso dann noch austauschen Hier Holzkiste Ich habe so viele von denen Gehört überall eigentlich eine Metallkiste hin Aber gut Wir haben es leider nicht So Ruine Schauen wir mal Wüsten Ruine Hier einmal Herbstpuppe Frühlingspuppe Ach du Scheiße Was da alles gibt Tonfigur Mann Raketenmodell Flugzeugmodell Alles klar Auch nochmal ein Flugzeugmodell Und Bonsai Bonsai Gut Aluminium Drähte Es kommt normal auch hier rein Aber kein Platz mehr Wir haben hier kein Platz mehr Magnesium Erz Wie viele Sachen So Kaktusfrucht Wo haben wir die hin Sehr saftig Hauen wir die hier rein Papelholz Das ist auch wieder Baumaterial Jetzt baut doch noch technische Fehler ein Du Scheiß Kiste Was Was ist los Steve Bei dir läuft es wohl nicht Gerade Das ist sogar Wüsten Ruine Das ist alles 1er Okay Die können wir verkaufen Ja So das Keypad Das kann im Museum platziert werden Schauen wir uns das mal an hier Wie das aussieht Oder ob das irgendwie Sieht man leider nichts Ich hätte es gut gefunden Wenn man dann hier so das Das Keypad am Rücken hätte Das wäre geil So wo kommt denn das dann hin So haben wir hier in sonstiges Oder Ausrüstung Weil man kann es halt auch in die In die In die Ins Museum stecken Da 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 so schlosszeit wobei wir werden noch hier wo sind die ruine relikte hier genau dann benennen wir das wüsten relikte gut zitadelle zu ich kann es nicht lesen am häufigsten wird wird verwendet um sich aufzuregen es fungiert bei russen dann quasi als ersatz für den für das ausrufezeichen und wird nach jedem halbsatz oder bei besonders starken flucht die raden nach jedem wort verwendet dabei gilt stets je höher die aufregung desto häufiger die bildfrequenz ein aufgeregten käme mit besonders hoher man sich als halber besser in ruhe lassen alles klar vielen dank für diese information so wir legen uns schlafen dieser gute nacht geschichte wunderschön aber immer noch und ist schon wieder weg sie ist der tag daran da könnte ich mich auch tanken da kann ich mich auch dran setzen ein mount ein eigenes mount das wäre es das wäre schön aber zuerst brauchen wir noch einen stall so forschungsergebnisse oh feuerbetriebener generator aha ein neues gerät und ja das mit dem mount gut das game ist echt weird gelegentlich ich habe gerade in der mine ein pinkes plüschsofa aus dem stein gehauen da gibt es einige da gibt es einige das ist das ist das schnitzel so faro die hier das sofa im schnitzel stile war ja ein paar also du findest echt noch genug von denen man sind die ernst bar fünf tage oder weit sie schreif na dann so 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 ich hätte nur drei braucht was 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 tue ich schon wieder in meiner in meiner panik aber wir brauchen dünger wieder wir müssen dünger wieder nachfüllen so ich würde gern verkaufen ich würde gern verkaufen ich würde gern verkaufen aber will man das das ist halt ja also für das erste ist es nicht schlecht heute besser ist gar nichts besser als als das das zuhause ist einfach leer da nimmt man halt auch irgendein sofa Achtung hinter dir hey Bacardi Cola servus was ist da hinter mir ich drehe mich jetzt nicht um heel he her ein bär sitzt da hinter mir Bacardi Cola wie geht es alles gut da sitzt ein bär hinter mir eine was eine wands eine wand ach so eine wand sie auch selbstverständlich das auch das auch jomi geht's auch super lange dir als als super ach ja ich habe kein pferd mehr das ist ärgerlich ich schaue mal ob ich ob ich jetzt genug ziegel und eisenbahn hat ich glaube das kostet einen stall aber ich weiß es nicht genau schauen wir mal erze eisenbahn haben genug das ist super aber wir haben keine kohle kommen wir holen uns noch mal wir holen uns noch mal das mal so naja wenn es nichts taugt kommt's auf die kreise so geht's auch ja treu dich der pöbel wie siehst du dich da dazu steve du traust mich ja auch gelegentlich so wie stehen wir stehen die marktpreise ach noch immer so schlecht das darf ja nicht wahr sein das gibt's ja nicht das gibt aber mir die chance und einzukaufen eigentlich zum verkaufen ist halt blöd aber man kann gut einkaufen und mit ihr müssen wir auch reden die ist nämlich auch böse auf mich die war ja auch böse dass ich da geschossen habe die norah ach so das kostet ja stimmt das kostet ja keine goals das war ja stimmt 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 abrikosenbaum samen großer pflanzkasten das wäre auch mal was aber wir lassen jetzt mal nur die kleinen kreise kochen noch ein viertes selbstverständlich aber ich mache das mit kaiserlich königlicher eloquenz selbstverständlich ich kann mich nur an einen guten tipp erinnern wenn ich irgendwo versagt habe werde besser ein guter tipp werde besser der parley hat wieder mal eine quest was wieder ein kleiner handwerker hallo komm her na los wir müssen eine wichtige männliche angelegenheit besprechen tolle neuigkeiten das sind tolle neuigkeiten weißt du als ich gestern trainiert habe hat maas mir von einer kleinen gruppe kämpfer aus seesei erzählt die ihre fäuste stärken indem sie auf bäume einschlagen und ich dachte mir das ist das männlichste von dem ich je gehört habe das muss ich versuchen und glauben ihr kleiner handwerker das habe ich diese bäume haben meine mächtigen hände gespürt überall hat es kokons und gummifrüchte geregnet aber meine fäuste konnten mit meinem männlichen geist nicht mithalten heute sind sie überall geschwollen und ich kann die feierarbeit die meine möbel wirklich großartig macht nicht durchführen es geht nicht immer nur um hammer und säge mein kleiner freund diese möbel brauchen ein scharfes auge und schnelle finger ok in ein paar tagen kommt ein kunde aus sandfels um ein paar teetische abzuholen aber meine hände werden wohl eine weile außer gefecht sein könntest du sie vielleicht fertigen kein problem ich mag deine zuversicht hör mal zu kleiner freund ein mann wie ich bittet niemanden darum seine arbeit als bloßen gefallen zu erledigen ich gebe dir im gegenzug die volle bezahlung des kunden das ist das ist nett von pauli du spielst unvorteilhaft super auch so ein guter tipp wunderschön so jetzt haben wir hier vier platten gekauft das geht sich perfekt aus oder weg pferd pferd so das geht sich perfekt aus wunderschön und dann könnte man hier eventuell noch mal so eine linie machen das könnte man auch machen dann hätte man einen schönen dann sieht das von von draußen sieht das dann super aus denke ich wenn schöne pflanzen auch noch drin sind robsom servus guten abend so also er braucht teetische warte mal multifunktionaler teetisch das kann ich nicht ach komm warum ich dachte normaler teetisch das ist ja nicht wahr multifunktionaler teetisch wo kann ich schauen wie ich das herstellen kann handbuch gegenstände multifunktionaler teetisch möbel kann ich nicht hä dass wenn jemand etwas ist mal die pfanne heiß machen Alles gut bei dir, Rob Somm. Weiß jemand, wie man einen multifunktionalen Tee-Tisch bauen kann? Ich will nicht schon wieder eine Mission verkacken. Ach komm, da stand Tee-Tisch. Tee-Tisch konnte ich bauen. Aber multifunktionaler Tee-Tisch. Ach so, er hat mir ein Buch gegeben. Oh. Warum habe ich das nicht gesehen? Tippi-Toppi und selbst so. Ja, jetzt wieder gut. Scheiße. Da mache ich mich immer zum Affen. Sehr schön. Aber der hat mir das doch gar nicht gesagt, oder? Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. So, jetzt ist die Frage, was braucht man dafür? Kann ich sogar bauen. Perfekt. Schiebt euch, jedes einzelne Schlitzel ist vercohlt. Habt ihr ja super gemacht. Also, das ist gute Arbeit. Das Holz ist abgeschliffen. Die Beine sind gerade. Wenn du so weitermachst, kannst du mich eines Tages einholen. Hier ist deine Bezahlung. Ich muss öfters hier links schauen. Ich schaue fast niemals, was ich bekomme. Das ist der Dank für die Hilfe. Klasse. Es liegt nicht an mir, Konomi. Diese Leute aus Sandfeld, sie lieben ihren Wüstentee. Wüstentee? Na. Wüstentee. Ich persönlich hasse das Zeug. Tee ist das unmännlichste Getränk der Welt. Dann hatte ich eine Erleuchtung. Was, wenn ich selbst den Tee männlich mache? Der Tee kann sich meinem starken Willen nicht widersetzen. Ich bin nicht gut darin, Nahrungsmittel zuzubereiten. Also, kannst du mir bei diesem Gedanken helfen? Führ Chili-Pfeffer zu einem Tee deiner Wahl hinzu. Und sieh, was passiert. Was, klar, das klingt leicht. Kein Problem, ich kann sie fertigen. Klar, das klingt leicht. Stelle schaffen die her. Okay, aber ist das mit Zeit? Ich hoffe nicht. Sechs Tage. Ja. Jetzt baue ich ein Koch-Set. Fuck. Das habe ich noch nicht. Oh, die trainieren zu zweit. Sehr schön. Nimm einfach die Milch deiner Kühe. Äh, 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 hat die, die Pfanne, du kannst Schnitzel in die Pfanne reinhauen. Und, ähm, ähm, nach drei Minuten, also wenn jemand Schnitzel in die Pfanne hat, nach drei Minuten, äh, hast du eine 50-50 Chance, dass du gewinnst und dann die Hälfte dazu addiert bekommst, die du gesetzt hast. Oder sie sind weg. Das ist so ein bisschen ein Glücksspiel hier im Chat. Der Verkäufer ist ein schöner Schrank. Der Verkäufer ist ein schöner Schrank. Das ist der Pauly. Der Pauly. So. Was brauchen wir noch? Stahlplatten. Und dann muss ich dringend ein Kochset bauen. Ganz dringend. Ey, ist die Pfanne noch heiß? Nein, nein, nicht mehr. 50-50. Du glaubst es nicht, gell, Kondomi? Da muss ich jetzt wohl oder übel nochmal kurz weg und mir was anderes zu essen besorgen. Alles klar, Oti macht das Mahlzeit, Mahlzeit. Gut. Was machen wir? Ich weiß, was ich mache. Ich nutze die Möglichkeit und gehe wieder, ähm, in die Ruine. Saurei, 26 Minuten für den Schnitzel. Na ja, für die Pfanne. Die Pfanne muss ja auch gesäubert werden. Überhaupt, nachdem Kondomi sie so verkohlt hat, weißt du? Da hat sich das Schnitzel richtig in die Pfanne reingebrannt. Der hat nicht aufgepasst. So eine Käferei. Aber echt. So eine pure Käferei. So, gehen wir da runter. Okay. Wir haben ja eh keine andere Wahl. Oh, was ist das für ein großes Ding? Käferei. Oh, Ziehnererz bekommt man hier. Painting. Ein Seelöhe. Eine Zeichnung. Ein Bild. Oh, hier haben wir noch was. Eisenherz. Eisenherz. Eisenherz gibt es hier auch. Eisenherz. Eisenherz gibt es hier auch. Hier gibt es ja alles. Heute habe ich es wieder drauf. Eisenherz. Würstentee. Verbesserter Motor. Kann ich meine Werkbank eigentlich gar nicht umpositionieren? Doch bei A und G Bau. Also wie wenn du dein Haus umstellst. Dort geht das. Ich habe eigentlich total den schön sortierten Handwerkergarten. Sehr gut. Das lobe ich mir. Schön und ordentlich. Muss es sein. Ja, ja. Also im Bauladen kannst du das machen. Da kannst du sie auch upgraden. Tada. Danke großer Schnitzelmeister. Ja, gerne. Nichts zu danken. Supreme. Kennst du mich noch? Dein Name sagt mir was? Ja. Auf jeden Fall. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Aber schon sehr lange nicht mehr gelesen. Sehr lange nicht mehr. Wie geht's? Wie steht's? Supreme. Alles gut bei dir? Bei dem Spider-Man Spiel. Das Schwingen durch die Stadt ist echt toll gemacht. Ja. Allgemein. Auch der Kampf. Ich finde den Kampf auch. Also für mich das beste Spider-Man Spiel. Marvel Spider-Man. Wir kippen gleich wieder um. Und bekomme keine Strafe. Hihi. Es ist einfach wurscht. Ich finde von der Ruine aus zurückzulaufen, da muss man viel Zeit einplanen. Ich glaube, wenn ich um zwei Uhr rausgehe hier. Komme ich nicht rechtzeitig zu Hause an Löwenskull vor. Was da alles gibt, das gibt's nicht. Was da alles gibt, das gibt's nicht. Auch schön. Was nicht zum ersten Mal das Dome beweist, dass er ein Monster-Brain hat. Ach, hör auf. Das ist doch gar nicht wahr. Siehst du, ich bin komplett verwirrt. Ich bin ein verwirrter Mann. Für mich ist alles gut. Und bei dir? Ja, alles super. Danke dir. Boah, aber bei welchem Spiel warst du das letzte Mal dabei? Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht mehr. Aber deinen Namen, deinen Namen kenne ich auf jeden Fall. Auch mit der Zahl. Der super mega Remember Man. Ja, alle kann ich mir natürlich nicht merken.